So. Dann gehen wir jetzt fliegen, oder? Komm, ich weiß, ihr wollt es alle. Wir gehen. Nein. Achso. Sie sagt mir dann, glaube ich, einfach nur, wo ich noch hin muss. Da fahr ich jetzt gerade ein bisschen. Ich dachte, die teleportiert mich jetzt irgendwo hin. Metro-Strecke. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Reise nach Metro-Strecke. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Lasst euch tun. Au. Okay, Tauben, Bögen, Springer, Schilder. Oh Gott, das klingt, das klingt. Es tut mir leid, das klingt richtig Horror. Tauben, Bögen, Springer. Ich weiß nicht, was Springer sind. Achso, ich muss dann... Achso, ich muss die Hebel machen, nicht die. Oh Gott, das meinen die mit Springer. Oh nein. Da muss ich bestimmt das Seil zählen. Naja. Okay. Die hätte man zusammen machen sollen. Okay, die Springer sind doch nicht so schwer, weil es wirklich nur durch die Seile fliegen ist. Beziehungsweise die Seile antriggern. Ja, aber noch niemanden geschafft, ne. Und da sind die Tore. Okay. Kleiner Test. Was ist das? Ist das jetzt schneller gewesen? Ich habe keine Ahnung. Okay, 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 okay. Ich war... Ich habe eine Taube übersehen. Die Schilder habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, wir müssen jetzt erstmal... Das ist wirklich gucken ohne Ende erstmal. Ich glaube, die Taube haben wir übersehen. Scheiß Brücke. Alles gut, ich bin entspannt. Quasi tödlich entspannt. Okay, die haben wir. Naja, wenigstens haben die Leute Spaß. Das ist ja auch mal was. Da hinten ist noch einer. Fuck, ich habe einen übersehen da hinten. Mist, okay. Die haben wir auch. Ich habe die Schilder noch nicht gesehen. Oh, und die Tore sind ja auch, ne. Da muss der richtig... Da sind die Schilder. Achso. Okay. Okay. Kacke. Wo sind hier noch? Oh, das lief aber gut. Da fehlt nur noch drei Bögen. Okay, das nur mit den Bögen. Muss ich nur noch gucken, wie ich dann... Es wirkt alles relativ einfach. Also es ist jetzt nicht so tricky. Es ist jetzt nicht so tricky. Okay. Hä? Einen noch, den da hinten hatten wir übersehen Ach Mist, wenn wir nicht immer einen übersehen würden Dann wäre das vielleicht auch nochmal gar nicht schlecht Ja, jetzt kommen die Tore halt Die sind halt echt langwierig, ne Ich weiß nicht, ob hier Laufen intelligenter ist Ich weiß es nicht, weil da unten ja auch dieses Speed-Ding ist Die sind echt einfach Jetzt ist halt immer nur die Frage mit Wie das da jetzt, ne Da hinten waren die letzten beiden Tore Ja, wie gehe ich am besten die Tore an Wie gehe ich da denn am besten die Tore an Ich weiß nicht, wo ich da bei den Toren anfangen soll Nein, lieber siehst du immer da Das war nicht so geschickt Ich will mal was testen Und zwar gehen wir mal den Weg hier wirklich lang Ja, wir sind wesentlich schneller dann Wir sind wesentlich schneller unterwegs, wenn wir das so machen Wesentlich schneller Nice, fertig Wow, das Nice Okay, das war Das war echt einfach Sorry, aber das war echt einfach Okay, aber es ist garantiert noch irgendwo ein Talisman versteckt, wa Den müssen wir natürlich auch noch finden Okay, das war jetzt wirklich Einfach Da kann man rein Wir haben ein Kriminalitätsproblem bei der Metro-Strecke Aber du kannst vielleicht helfen Eine Bande von Einbrecherkatzen klettert immer an den Wänden hoch Um ein Wiederwahlbudget zu plündern Würdest du mir helfen, sie loszuwerden? Okay Okay Okay, ich habe keine Ahnung Oh Alter Oh Oh Hui Hui Hui, das Wow, Jäger ist so langsam Muss jetzt mal ein bisschen Abstand zu Jäger gewinnen Weil wir schneller sind als Jäger Ach, da oben die Ui, 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 ui Küsse Oh, das ist aber Tricky Das ist ein bisschen tricky Erstmal Abstand zu Jäger gewinnen Weil sonst können wir einfach nicht schnell genug sein Was ist das, da oben Das mit Abstand ist schon ganz gut, aber das war jetzt gerade ein bisschen zu viel Abstand habe ich das Gefühl. Ansonsten ist es ganz gut, dass wir halt diesen Abstand haben, dass wir es halt einfach nur anfliegen brauchen. Wir haben genügend Zeit, um das einzusammeln. Jäger, das ist echt scheiße mit dir. Oh, wir haben es noch bekommen. Ne, haben wir doch nicht. Oh, schade. Ich wollte das flügt gemacht. Das hat flügt gemacht. Oh, Jäger, Alter. Du bist so armarschig wie immer. Das ist doof. Der ist so langsam. Aber gut, mit so viel Stop Motion, wie er da macht. Wo ist er? Wo? 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 Wo hat er geschossen? Hä? Wo hat er denn geschossen? Ich bin verwirrt. Okay, wo hat er geschossen? Ich habe es nicht gesehen, wo er hingeschossen hat. Und Bürgermeister Geizkragen, das ist ja, ne? Wo hat er geschossen hat. Wo schießt denn er hin? Wo? Wo? Ah, da. Boah. Er schießt nach oben irgendwo, du siehst es nicht. Okay, aber jetzt wissen wir, wo es ist. Jetzt wissen wir, in welche Richtung wir wenigstens fliegen sollen. Das ist ja schon mal was. Ich habe bedenkt, dass ich sie eigentlich auch hätte einfach nur anzünden können. Und lass die Katze doch auch mal was klauen. Vielleicht. Warum haben sie da eigentlich Fallschirme dran? Aber vielleicht hungern die Katzen ja. Vielleicht sei ja auch nur Fisch drinnen. Stinkender, rotziger Gammelfisch. Genau das, was Katzen lieben. Das ist ja wirklich bemühen. Ich bin ein Puma. Mann. Einer hätte jetzt noch gefehlt, ne? Shit. Nachher wird es richtig eng da drin, ey. Das ist richtig nervig, weil du da nicht so viel... Hier, da fliegst du einfach drauf zu. Das ist ja... Aber diesen Abstand, den du halt zu Jäger brauchst, ist halt, ne? Nervig. Weiß ja geht. Weiß ja geht. Ich stehe... Du hast wohl nicht alle erwischt. Toll. Mann. Warum? Warum geht das nicht männlicher? Scheiße. Blöde Brücke. Ich bin gar nicht gegen die Brücke geflogen. Ich habe keine Beweise, dass ich gegen die Brücke geflogen bin. Guck mal, da ist eine Katze. Warum schießt du sie nicht an? Warum haben nur die vorgeschriebenen? Jäger. Warum wird es you, ey? Das ist immer knapp. Oh, wir haben ihn nicht bekommen. Zack. Gut gemacht. Du hast den Halunken eine Lektion erteilt. Nice. Easy. Wow, das war ein echt gut laufendes Fluglevel, muss ich mal sagen. Also das Fluglevel an sich war schon echt easy. Hier, aber das war ja nochmal... Nochmal, nochmal was ganz anderes. Das war ja... Wie gesagt, das ist eigentlich relativ einfach. Vor allem, wenn man da wirklich auf die Idee kommt, da zu laufen, äh zu, zu, zu... Was halt wirklich echt hilfreich war, war hier halt das. Landen. Weil es ist zwar ein Fluglevel, aber das heißt nicht, dass du fliegen musst. Weißt du, das hättest du, das hättest du, das hättest du hier auch nochmal machen können. Weißt du, dann wärst du hier. Ja, gut. Weißt du, das wär... Vielleicht gar nicht so doof gewesen. Naja, gut. Ist ja aber auch egal, wir haben's geschafft. Also geh ich jetzt hier ins Wasser. Und wir haben alles geschafft. Wow. Stolz auf mich, also. Weil das lief. Das lief gut. Das gefällt mir. Gefällt mir wirklich, das lief. Echt. Schön. Ich bin echt stolz auf mich. Weil's echt gut lief. Ich, äh... Ist nur die Frage, was wir als nächstes machen. Aber das... War super. Also da muss ich sagen, jetzt... Jetzt können wir keine mehr was an... Ja. Kann ich da... Kann man bestimmt nicht, oder? Das ist, glaub ich, albern, oder? Kann man das? Ich wollte grad da auf die Mauer rauf, oder so. Keine Ahnung. Ah. Okay. Oh, da hinten. Okay. Shit. Shit. Okay. Wie komm' ich da hin? Wie? Was? Böööö. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich da hinkomme. Aber das Gute ist, man kann schon mal auf diese Mauern rauf. Das schon mal sehr... Nein. Ein blödes Angequatsche von dir geht mal auf den Gagel. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich ja irgendwie hochführen. Laufen wir einfach mal die Mauer ab. Mal sehen, was man hier noch findet. Staunig wenig. Auf. Wow. Komm mal. Nee, kann man nicht. Das würde mich ja echt interessieren, wie wir da hinkommen, ne? Wie kommen wir jetzt zu diesem Teil? Uns jetzt fehlt ja noch so ein glänze Ding. Waren wir schon wüsten? Nee, hier oben, die Dinger hatten wir noch gar nicht, ne? Oh, Spyro, hallo. Ich habe Probleme mit dieser Tür, aber mit etwas Kugelenergie sollte sie sich öffnen. Ha, wie ich sehe, hast du eine Menge Kugeln gesammelt. Oh. 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 Magma-Kegel. Oh, das klingt cool. Nein, wirklich gar nicht klingt das cool. Nein, unfassbar. Geldsack? Da vorne ist noch mal Geld. Alter, wir haben ja noch so... Okay. Okay, ich dachte, das wären die letzten Level oder so. Keine Ahnung, warum. Achso. Okay. Du nörst mich nur wieder. Okay. Neue, neue Bereiche öffnen sich. Jetzt will ich erst mal mit Geldsack reden. Für ein paar Edelsteine gewähre ich dir Zutritt zur kleinen Burg da drüben. Was sagst du? Das Portal hat seit Jahren keiner mehr betreten. Ich dachte schon, ich finde nie einen Trottel, äh, 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 einen so cleveren Kunden wie dich, Spyro. Wow. Gister uns auch noch. Wie heißt die Stadt? Schattige Oase. Okay. Das sind doch noch mehr Level als gedacht, ehrlich gesagt. Für ein bisschen... Toll. Fall ich da echt runter. Fall ich da wirklich runter? Das Gute ist, es hat aber niemand gesehen. Ich würde dich gerne kostenlos auf diese Rennstrecke lassen, Spyro. Sehr gerne sogar. Leider verlangen die Regeln der Rennstrecke die Erhebung einer... ...kleinen Gebühr. Eine weise Entscheidung. Ein schneller Drache wie du hat das Geld sicher im Nu wieder drin. Eisstrecke. Oh Gott, es gibt hier noch was. Oh Gott. Ich bin ein bisschen schockiert darüber, dass es wirklich noch... Also, ich bin ein bisschen schockiert. Oh, noch eine Flugstrecke, oder? Oh Gott. Wobei, die letzte liegt so gut, ich brauche gar keine Angst haben.